Als wir das Riemann-Integral definiert haben, haben wir zwei wesentliche Einschränkungen anfangs gehabt. Oder das heißt, wir haben sie eigentlich immer noch. Die eine Einschränkung war, wir integrieren nur auf solchen Intervallen. Die nennt man ja beschränkt und abgeschlossen. Beschränkt heißt, dass a und b tatsächlich Zahlen sein müssen, dass nicht eine von beiden Grenzen minusunendlich oder plusunendlich ist. Abgeschlossen heißt, dass da eckige Klammern stehen, dass da nicht eine runde Klammer stehen darf. Und zweitens haben wir gesagt, die Funktion selbst f muss auch beschränkt sein. Das heißt, die Situation, die wir haben beim Riemann-Integral bisher ist, wir haben hier so ein Integral, feste Werte, die Werte links und rechts gehören auf jeden Fall mit dazu. Und die Funktion ist beschränkt. Das heißt, alles spielt sich in einem vorher definierten Bereich zwischen zwei Linien ab. Nur wenn die Funktion so ist und wenn das Intervall so aussieht, reden wir überhaupt darüber, dass man ein Integral bilden kann, weil wir das für andere Funktionen und andere Intervalle gar nicht definiert haben. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen ausweiten und das macht man, Überraschung, auch wieder über Grenzwerte. Warum will man sowas haben? Weil es Situationen gibt, in denen man diese Einschränkungen nicht hat, wo man aber sozusagen dem Bild schon ansieht, dass da wahrscheinlich auch eine Fläche dahinter steckt. Beispiel, wir nehmen mal die Funktion 1 durch Wurzel x. Das sieht ungefähr folgendermaßen aus. Das ist eine Funktion, die ganz grob gezeichnet hier natürlich gegen unendlich geht. Wenn ich der 0 näher komme, komme ich dem Teilen durch 0 immer näher. Das heißt, die schmiegt sich da an die y-Achse an und hier läuft sie dann so langsam aus und wird auch nie ganz an die x-Achse rankommen, aber irgendwann kommt sie da immer näher. So, und jetzt darf ich mit dem Riemann-Integral Integrale bilden, zum Beispiel von, sagen wir mal, 2 bis 4. Das ist kein Problem, dann berechne ich diese Fläche hier. Das geht. Aber, was ich nie machen darf, ich darf nicht das Integral zum Beispiel von 0 bis 4 bilden, weil an der Stelle 0 diese Funktion gar nicht definiert ist. Das heißt, ich müsste dann dieses Integral nehmen von 0 bis 4, den habe ich keine eckigen Klammern mehr. Außerdem wäre die Funktion dann nicht mehr beschränkt. Wir können ja bisher nur beschränkte Funktionen integrieren. Aber wenn man sich das Bild so anguckt, dann könnte man den Verdacht haben, dass dieses bisschen Fläche, was hier oben noch dazu kommt, eigentlich keine Rolle mehr spielt. Dass also, wenn man der y-Achse immer näher kommt, man schließlich und endlich nur noch ein infinitesimales Flächenstück dazu addiert, was man sozusagen rausrechnen kann. Und genau das ist der Fall. Und man macht das, indem man mal guckt, das machen wir jetzt mal, was passiert, wenn man der y-Achse näher kommt. Und das werden wir dann verallgemeinern, die Situation. Also hier haben wir ein paar Näherungswerte, 3,36, 3,8 und so weiter. Und man hat schon offensichtlich das Gefühl, dass wir dann 4 näher kommen. Vielleicht nochmal nebenbei eine Python-technische Frage. Ich habe jetzt ja Sympi angewendet und ich habe diese Funktion Integrate angewendet, die mir eigentlich exakte Werte liefern soll. Warum bekomme ich denn da jetzt Näherungswerte? Haben Sie irgendeine Idee? Eigentlich soll doch diese symbolische Funktion das verhindern, dass ich Näherungswerte bekomme. Aber ich bekomme ja Floating-Point-Werte zurück. Ist jetzt für unsere Frage nicht so wichtig, aber... Ich mache mal folgendes. Ich nehme mal dieses Integral hier und setze hier mal ein das Integral von 1 bis 4. Dann bekomme ich die Antwort 2. Also eine ganze Zahl. Nicht 2,0 oder sowas. Aber da oben habe ich ungefragt Fließkommarwerte bekommen. Irgendeine Idee? Das liegt an dem 10 hoch. Wollten Sie es gerade sagen? Ja, aber das ist sozusagen eine versteckte Fließkommazahl, weil Sie rechnen da ja zum Beispiel 10 hoch minus 2. Und die 10 ist eine ganze Zahl und minus 2 ist auch eine ganze Zahl. Aber in dem Moment, wo Sie Stern, Stern schreiben, erteilen Sie Python quasi die Erlaubnis, mit Fließkommazahlen zu rechnen. Sie könnten das verhindern, wenn Sie pur mit Sympi rechnen, wenn Sie zum Beispiel, ich glaube, das heißt Rational da. Aber in diesem Fall wollen wir das ja gar nicht. Wir wollten ja Näherungswerte haben. Darum ist es jetzt auch nicht so dramatisch, dass da keine Brüche rauskommen oder sowas. Was wir eben gemacht haben, ist, wir haben das Integral ausgerechnet von, mit der Obergrenze 4. Die Funktion war 1 durch Wurzel X. Und wir haben hier unten einen Startwert gehabt und diesen Startwert haben wir gegen 0 gehen lassen, testweise. Das heißt, wir haben im Prinzip numerisch geguckt, was wohl dieser Grenzwert sein wird. Nicht unendlich, sondern 0. Natürlich, wir haben A gegen 0 gehen lassen. Und genau das ist dann auch die Definition. Das heißt, man sagt, wenn dieser Grenzwert existiert, das heißt, wenn ich über ein Integral rede, was es eigentlich nach Definition nicht gibt, weil das den Einschränkungen des Riemann-Integrals nicht entspricht, wenn ich das aber durch Grenzwerte annähern kann, dann nenne ich das einfach so. Das heißt, ich schreibe dann einfach, und das ist sozusagen die dritte Nutzung derselben Schreibweise. Ich sage einfach, dieses Ding hier ist 4. Obwohl ich das, was da rechts steht, mit der roten Null eigentlich nicht schreiben durfte. Das, was da rechts steht, ist nicht ein Riemann-Integral, sondern das nennt man dann als Fachbegriff ein uneigentliches Integral. Ein Integral, was über einen Grenzwert definiert ist. Ist ein bisschen tricky, weil Sie das sozusagen der Schreibweise nicht ansehen, ob das ein Riemann-Integral ist oder ob das über einen Grenzwert definiert ist, aber im konkreten Fall wird das meistens keine Rolle spielen. Und wenn Sie das, wie wir gleich sehen werden, zum Beispiel in Simpi eingeben, wird das auch keine Rolle spielen, weil Simpi das auch alles kann. Das heißt, wenn Sie das jetzt so eingeben, gucken wir gleich, dann gibt er Ihnen einfach die Antwort und sagt nicht, hey, das darfst du aber nicht, weil das nach Riemann nicht geht. Was wir uns im Prinzip einfach merken sollten ist, wenn dieser Grenzwert existiert, dann ist alles gut. Und ich habe das jetzt ja einfach nur mal so hingeschrieben, das heißt, ich habe so getan, als würde der existieren und der wäre 4. In diesem Fall können wir den tatsächlich ausrechnen. Vielleicht mache ich das einfach mal. Also wir wollen diesen Grenzwert hier ausrechnen. Wir wollen wissen, gibt es den Grenzwert, erstens? Und zweitens, wenn ja, was ist der Grenzwert? Und in diesem Fall geht das natürlich. Wir brauchen davon eine Stammfunktion. 1 durch Wurzel aus x ist x hoch minus 1,5. Die Stammfunktion davon ist also x hoch 1,5, beziehungsweise Vorfaktor. Das heißt, das hier würden wir haben. Und jetzt, okay, jetzt habe ich das zu weit links hingeschrieben. Ich muss ja den Limus davor stehen lassen. Das heißt, hier haben wir unsere Stammfunktion. In den Grenzen von 4 bis a. Und da, das können wir jetzt ausrechnen. Das heißt, wir haben den Grenzwert von 2 mal Wurzel 4 minus 2 mal Wurzel a. Das ist der Grenzwert von a gegen 0. Wurzel 4 ist 2, 2 mal 2 ist 4, also von 4 minus 2 mal Wurzel a. Die 4 ändert sich nicht, wenn a sich ändert, also kann ich das rausziehen. 4 minus Grenzwert von dem hier. Und hier steht nur noch die Frage, was passiert mit Wurzel aus a, wenn a gegen 0 geht. Und die Wurzel ist ja stetig. Das heißt, das geht einfach gegen die Wurzel aus 0, also gegen 0. Das heißt, dieser Term hier hinten fällt einfach weg. Das heißt, tatsächlich stimmt auch wirklich rechnerisch und nicht nur angenähert, dass der Grenzwert existiert und 4 rauskommt. Aber, wie ich eben schon sagte, normalerweise müssen Sie sowas nicht machen. Was Sie eigentlich im Kopf behalten müssen, ist, es gibt diese komischen uneigentlichen Integrale und die sind definiert über Grenzwerte. Vielleicht nochmal ein zweites Beispiel. Dies war jetzt ein Beispiel dafür, dass wir ein Intervall haben, was nicht abgeschlossen ist und eine Funktion, die auf diesem Intervall nicht beschränkt ist. Was Ihnen auch passieren kann, ist sozusagen das gespiegelte Bild. Sie haben ein Intervall, das nicht beschränkt ist. Das geht auch. Das würde dann so aussehen. Sie nehmen als Funktion vielleicht mal 1 durch x². Dann wird das ganz grob irgendwie so aussehen. Und jetzt haben Sie, na, der letzte Strich ist nicht ganz richtig. Das muss ich natürlich hier auch so annähern. Dann haben Sie wieder die Situation, dass Sie sagen, ja, da kommt zwar immer noch ein bisschen was dazu, aber man kann sich vorstellen, weil dies hier ja immer näher kommt, dass das irgendwann keine Rolle mehr spielt. Darum könnte man sich fragen, ob es nicht möglich ist, sozusagen die gesamte Fläche auszurechnen. Obwohl diese Fläche eine unendliche Breite hat, hat sie vielleicht nur eine endliche Fläche. Das ist vielleicht am Anfang schwer vorzustellen, aber vielleicht ist das ja so. Das heißt, was ich jetzt haben will, ist, ich fange mal irgendwo an, sagen wir mal bei 1. Hier ist der Wert 1. Ich möchte jetzt eigentlich sowas ausrechnen, wie das Integral von 1 bis unendlich von dx durch x². Das müsste ich jetzt eigentlich in Häkchen schreiben. Ich müsste sagen, sowas hier, weil das natürlich auch etwas ist, was laut Riemann erstmal gar nicht erlaubt ist. Das ist kein Riemann-Integral, was da steht. Aber so wie wir das eben gemacht haben, ist ja logisch, was man jetzt tun würde. Man fragt sich, ob dieser Grenzwert existiert. Wenn ich die obere Grenze gegen unendlich gehen lasse, das heißt, ich gucke mir das Integral von 1 bis b an, von dx durch x², frage mich, ob das existiert. Und das rechne ich aus, das wird ein Wert sein, der von b abhängt, und dann lasse ich b gegen unendlich gehen und ich gucke, ob der Grenzwert existiert. So, und das ist jetzt der Grenzwert von b gegen unendlich. Jetzt brauche ich dafür eine Stammfunktion. Können Sie mir eine sagen von 1 durch x²? Ja, minus 1 durch x, das ist eine Stammfunktion, von 1 bis b, das heißt, hier steht der Grenzwert b geht gegen unendlich, von minus 1 durch b, minus minus, also plus 1, von diesem Ausdruck hier. Da haben wir jetzt hinten wieder einen Teil, der von b nicht abhängt, und vorne haben wir einen Teil, der von b abhängt. Da steht, im Prinzip steht da, nicht im Prinzip, sondern da steht 1 minus 1 durch b. Wenn b gegen unendlich geht, geht 1 durch b gegen 0, das heißt, das fällt dann weg. Wenn ich also den Grenzwert bilde, kommt am Ende nur noch 1 raus. Also diese Fläche hier ist 1. Die Fläche angefangen bei 1 und bis ins Unendliche weitergezogen, weil dieses ganz dünne Stück, was über der x-Achse immer näher kommt, irgendwann bedeutungslos geworden ist. Und darum dürfen Sie dann das, was hier steht, auch wiederum schreiben. Das ist auch ein uneigentliches Integral. Wie ich schon sagte, eigentlich ist das das gleiche Bild, nur an der Hauptdiagonalen gespiegelt. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, weil man sich schon überzeugen muss, ob dieser Grenzwert jeweils existiert. Ich nehme mal ein Beispiel, wo das nicht der Fall ist. Wir können so etwas Ähnliches machen wie eben. Also ich gucke mir an, den Limes für a gegen 0. Und zwar nicht geteilt durch Wurzel x, wie ich das eben gemacht habe, sondern geteilt durch x. Das könnte man jetzt ja auch versuchen auszurechnen. Was wäre hier eine Stammfunktion? Das ist jetzt ja die Funktion 1 durch x. Ja? Ja, genau. Da ist der, also Limes nicht vergessen hinzuschreiben. Ich will den Grenzwert haben. Limes a gegen 0. Logarithmus in den Grenzen von 1 bis a. Und das muss ich jetzt ausrechnen. Grenzwert von Logarithmus 1 minus Logarithmus a. Der Logarithmus von 1 ist 0. Es fällt also weg. Das heißt, hier steht nachher nur noch dies hier. Und jetzt erinnern wir uns, wie der Logarithmus aussieht. Der sieht ja so aus. Und was wir jetzt wissen wollen, ist, was passiert, wenn wir der 0 immer näher kommen. Und das ist dieser Bereich hier. Wenn wir der 0 immer näher kommen, dann wird der Wert vom Betrag her immer größer. Das heißt, der geht gegen Minus und endlich. Das heißt, dieses Ding hier hat keinen Grenzwert. Es geht gegen Minus und endlich. Darum kann ich halt nicht einfach so vom Integral von 0 bis 1 von 1 durch x sprechen. Das existiert nämlich nicht, weil der Grenzwert nicht existiert. Also nicht jedes uneigentliche Integral existiert. Sondern wenn ich davon rede, dass es das gibt, dann muss ich, muss irgendjemand erstmal geguckt haben, ob der Grenzwert existiert, den ausgerechnet haben. Und der ist es dann. Also auch das hier, wenn ich sage, ich gehe von 1 bis unendlich und frage mich, ob dieses unbestimmte Integral existiert. Gleiche Funktion, dx durch x. Das würde auch nicht funktionieren. Da könnte ich genau wie eben, ist ja die selbe Stammfunktion, ausrechnen, was da rauskommen muss. Das heißt, ich rede hier in diesem Fall von der Situation, Limes, Limes b geht gegen unendlich von, ich überspringe jetzt mal die gleichen Schritte, die wir eben schon mal gehabt haben, Logarithmus b minus Logarithmus 1. Und dann habe ich die Situation, das hinten fällt wieder weg, dass ich Limes b gegen unendlich von Logarithmus b habe. Das existiert auch nicht. Das heißt, auch dieses uneigentliche Integral existiert nicht. Und das gucken wir uns jetzt eben nochmal grafisch an. Das wäre die Funktion 1 durch x. Und ich habe mich eben gefragt, was ist mit der Fläche, wenn ich nach rechts immer weitergehe. Und da kann man jetzt eigentlich was ganz Hübsches machen, um sich klar zu machen, dass das nicht klappen kann. Wenn Sie sich mal hier drunter immer so Kästchen malen, ich mache die mal grün, ich lege hier so ein Kästchen drunter, dieses hier, und dann lege ich hier noch so ein Kästchen drunter, lege hier noch so ein Kästchen drunter, nur mal die ersten drei. Kann mir jemand sagen, welche Fläche das erste Rechteck hat? Ja? Ein Halb. Ein Halb. Und dann, wenn Sie schon mal dabei sind, sagen Sie mir auch gleich die Fläche von dem zweiten Rechteck. Ja, dann 1 mal 1, 2, 3. Also ein Drittel, ne? Ja. Wie man auch sagt. Und dann ist diese Fläche hier ein Viertel und so weiter, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier immer weitermache, dann habe ich hier lauter solche grünen Rechtecke da drunter liegen und die Gesamtfläche von diesen Rechtecken ist ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus und so weiter. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja? Harmonische Reihe. Das ist die harmonische Reihe. Und wir wissen schon, dass dieser Wert nicht existiert, sondern immer größer wird. Und dieses Integral, was wir eben ausrechnen wollten, ist die Fläche unter der blauen Kurve, das ist sogar noch mehr als die grünen Rechtecke. Das heißt, man kann sozusagen an der harmonischen Reihe schon sehen, dass das nicht klappen kann. Weil die harmonische Reihe immer größer wird, die Fläche der grünen Rechtecke, kann die Fläche unter der blauen Kurve nicht endlich sein, denn das ist ja noch mehr. Was lustigerweise funktioniert, nur mal so nebenbei, das müssen Sie eigentlich nicht wissen, aber vielleicht hören Sie den Namen mal irgendwann. Wenn Sie die Rechtecke jetzt nach oben ziehen, also hier dieses Ding an der Stelle, das hätte jetzt ja die Fläche 1 und dann nehmen Sie hier das Ding der Fläche 1,5 und hier nehmen Sie dann das Ding der Fläche 1,3 so, also so, dass die roten Rechtecke immer so ein bisschen oberhalb der Kurve verlaufen, dann haben Sie ja zwischen den Rechtecken und der Kurve ein bisschen Platz. Habe ich noch irgendwelche Farben übrig? Ich mache den mal schwarz, den Platz. Dieses Stück hier ragt über die Kurve hinaus und dieses kleine Stück ragt auch über die Kurve hinaus und hier ragt auch so ein kleines Stück drüber hinaus und wenn Sie jetzt den Grenzwert bilden dieser schwarzen Stücke, die über die Kurve hinaus gucken, dieser Grenzwert existiert und der ist ganz wichtig, da kommt nämlich eine Zahl raus, also der Grenzwert, den nennt man normalerweise Gamma, das ist die sogenannte Euler-Mascheroni-Konstante, die kommt in ganz vielen Zusammenhängen vor, die kennt zum Beispiel auch ihr Computer-Algebra-System und so weiter, das ist ungefähr 0,577 irgendwas und wenn Sie mal auf der Wikipedia-Seite für die Euler-Mascheroni-Konstante nachschauen, dann werden Sie sehen, in wie vielen Zusammenhängen die quasi von selbst immer wieder irgendwie auftaucht und das Lustige ist, man weiß von dieser Zahl bis heute nicht mal, ob sie rational ist, also wenn Sie sich auszeichnen wollen und Ihren Namen unsterblich machen wollen, dann versuchen Sie mal zu beweisen, dass die Zahl nicht rational ist. Die ist mit ziemlicher Sicherheit nicht rational, aber man hat bisher keinen Beweis dafür, dass sie nicht rational ist. Definiert ist sie über diesen Grenzwert der schwarzen Flächen, den ich da angedeutet habe. So, ich habe eben ja schon gesagt, dass Simpi auch mit uneigentlichen Integralen zurechtkommt. nur eben nochmal überprüfen, dass ich Ihnen keinen Quatsch erzählt habe. Das, was wir da eben hatten, war einmal 1 durch Wurzel aus x von x gleich 0 bis 4. Das Kritische an dieser Stelle ist, dass wir bei 0 anfangen, was eigentlich nicht geht, weil wir nicht durch 0 teilen können. Das ist also ein uneigentliches Integral, aber ohne mit der Wimper zu zucken, bekommen wir dann den richtigen Wert 4 zurück. Und das zweite Beispiel, was wir hatten, ist, wir haben genommen die Funktion 1 durch x² und haben die integriert von 1 bis unendlich. Und da können wir wieder OO schreiben, wie das in Simpi erlaubt ist. Und dann bekommen wir auch den korrekten Wert 1 zurück. Das heißt also, typischerweise können natürlich Computer-Algebra-Systeme auch mit uneigentlichen Integralen umgehen. an der Wimperstlove. Im seltsam